so und da bin ich wieder zurück ich habe jetzt selber mal gerade alle youtube kollegen soweit durchgegangen also die aufgabe ist an sich einfach verpackt was bedeutet das für uns wir können quasi gerade die aufgabe nicht abschließen und können uns so natürlich die insgesamt 100.000 points nicht 100.000 erfahrungspunkte gerade nicht abholen woran das liegt man kann sich das denken es wurde alles umgeschrieben durch den patch und schätz mal deshalb sind einfach generell probleme da was das betrifft ich habe auch schon eben probiert hier diese aufgaben zu machen ihr habt euch das bestimmt auch schon angeguckt selbst wenn du die aufgaben machst es funktioniert auch da nicht dann kommt nur werbung für den twitter account also auch das macht keinen sinn derzeit vor allem wir sollen das ganze ja auch nur besuchen und mal funktioniert hier unten dieser dank contest und dann funktioniert er wieder nicht also derzeit ist die aufgabe prinzipiell einfach verbuggt wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen geduld haben ich werde immer wieder reingehen gucken wer die aufgaben noch mal machen und noch mal einfach um zu viel raus zu finden ob es funktioniert oder nicht wenn ich sobald ich eine lösung gefunden habe werde ich euch natürlich das ganze auch zeigen und in dem sinne würde ich sagen ab bisschen geduld guckt euch die anderen aufgaben noch an die heute reinkamen und in dem sinne haut rein